Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alundra. Ja, und jetzt wollen wir in diesem Part herausfinden, wie wir hier links zu dem Höhleneingang kommen. Oder, ja, Tempel oder was immer das war. Meine Vermutung war, dass ich hier hoch muss. Allerdings, ich springe jetzt einfach mal. Okay, das war es natürlich nicht. Ja, die Vermutung ist aber tatsächlich richtig, wie ich hier sehe. Ich muss also wieder hier hoch. Und dann, ja, dann muss ich hier wieder hoch. Ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Wo war jetzt nochmal hier der Aufgang? Von hier käme ich auch. Ich muss erstmal hier wieder rauskommen irgendwie. Ich habe mich jetzt hier irgendwie selber eingesperrt, kann das sein? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zurückkommen soll. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe es gesehen. Hier ist er. Da muss ich jetzt also, ja, mal schauen. So, wir müssen jetzt. Ja, bloß. Das ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich da jetzt hoch? Ähm, ne, so bestimmt nicht. Äh, ne. Denn ich muss ja von dem Sockel auf den anderen Sockel. Ich meine, ich könnte zwar jetzt da hinspringen. Also ich nehme nicht an, dass das die Lösung ist, weil ich wüsste nicht, wie ich jetzt hier... Es sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwas machen. Ne. Hm, hm, hm. Sehr mysteriös. Ja, wie soll ich da drauf kommen? Auf diese hohen Blöcke da. Und es ist jetzt leichter gesagt als getan. Ich bin im Moment echt überfragt. Okay, da oben ist der Eingang. Oh. Hm, 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 hm. Ja, hier nach links komme ich ja nicht auf die hohe Mauer, oder? Ne, das wird nichts. Das wird nichts. Auf die ganz hohe Mauer komme ich nicht. Das wäre noch was gewesen. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Mal gucken. Aber ne, das ist, das ist glaube ich nichts. Aber hier sieht's auch komisch aus. Ah, ne. Ne, 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 ne. Kann ich hier rechts auch irgendwo hinspringen? Na, auf dieses komische eine Teil da hier. Na, das bringt mir gar nichts. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Ich geh mal hier, oh. Ich geh mal hier lang. Vielleicht lässt sich hier was machen. Ach, gucke mal. So einfach ist das. Jetzt bin ich ja oben auf dem... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen. Ah, hier war ich schon. Ne, ne, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Hier war ich nämlich schon. Ne, ich muss irgendwie noch einen höher kommen. Das wird so nichts. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach. Aber im Moment habe ich leider ein Brett vorm Kopf. Ich möchte auch ungern an Golo dann die Woche drauf abgeben. Ohne hier am Endpunkt angekommen zu sein wieder. Das fände ich nicht so schön. Ja, ich müsste hier... Hier müsste ich hochkommen. Verdammt. Muss mir das nochmal angucken. Naja, ich müsste... Ne. Hat keinen Wert. Ich habe im Moment keine Ahnung. Und keine Ahnung zu haben ist eigentlich nicht wirklich schön. Es muss auch irgendwie über diese Springerei hier funktionieren. Aber wie ist die ganz große Frage. Ich versuche mal nach Westen zu kommen. ganz nach... im Nordwesten muss es ja irgendeinen Weg geben. Ich versuche das nochmal. Also ich werde jetzt live mit euch hier weiter probieren. Ich werde das nicht irgendwie pausieren, weil... So, ja. So ist gut. Da komme ich hin da drüben. Aber wenn ich da drüben hinkomme, das hilft mir nichts. Das hilft mir nichts. Das macht keinen Sinn. Ne, ne. Das bringt nichts. Und ich mag es nicht, wenn ich was nicht kapiere. Ja, gut. Also ich glaube, so wird es nichts. Ich werde mir noch was anderes ausprobieren. Wenn mir was anderes überhaupt einfällt. Ich könnte... Ah, ja, gut. Ich könnte natürlich hier in die Mitte... Ah, scheiße. Das hat nicht geklappt. Ah, jetzt muss ich wieder ganz außen rum. Oh, Mann. Ah, das nervt. Ich muss hier wieder ganz außen rum. und dass man hier so lahmarschig vorankommt. Mann, 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 Mann. So. Aber ich weiß, was ich wollte. Ich werde das jetzt besser machen. Ach, Quatsch. Moment, was habe ich denn eben gemacht? Ach, Mann, nein, nein. Okay, nochmal. Ich wollte doch nach rechts gehen. Hä? Oh, dass ich hier jedes Mal ganz außen rum muss. Das ist vielleicht nervig. Oh, der Part ist in fünf Minuten schon wieder vorbei. So. Ja, diesmal nützt es nichts. Also, wenn ich es diesmal nicht schaffe, zur Not überziehe ich ein bisschen, wenn ich weiß, dass ich es schaffen kann. Aber, äh, ansonsten muss ich dann doch gut oder es machen. Also, letztes Mal habe ich ja schon geschafft, hier bis zum Eingang zu kommen. Es kann halt nicht immer klappen. So, hier wollte ich lang. Ne, ich wollte eigentlich hier rüber springen. Hier auch dieses drauf hier, aber okay, was würde mir das bringen? Na, es würde mir sowieso nichts bringen. Es bringt ja nichts. Ich muss ja hier auf das Ding über meinem Kopf kommen, wahrscheinlich, um auf die hohen Plattformen hier zu kommen. Und das wird einfach nichts. Da habe ich jetzt echt, also, echt keine Ahnung. Jo. Hoh! Hier kann ich einfach so hoch springen? Seit wann denn das? Das wundert mich jetzt aber geht doch sonst nicht. Ach, wahrscheinlich bei denen dieses Pflaster davor. Wahrscheinlich deswegen. Okay, gucke ich mir das hier nochmal an. Ja, aber das bringt mir ja... Oh nein, guckt ihr euch das an. So einfach war das. Einfach hier, wo dieses Pflaster davor ist. Oh mein Dreambird, du bist so ein... Naja, okay, lassen wir das. Einfach da drauf und haben wir hier auch sowas? Nein. Einfach da drauf und hoch. Na, super. War immer der Meinung, das geht nicht. Aber hier geht es natürlich. So, jetzt... Ah, okay. Ja, muss ich ein bisschen weiter springen. Kein Thema. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch bis zum Eingang da. Na, Gott sei Dank. Da bin ich ja sehr froh, dass ich das doch noch geschafft habe. Ach, verdammt, ich springe da mal vernünftig, Alamba. Also, na gut, manchmal hat man, übersieht man solche Sachen. Jawohl, jetzt geht es, geht doch. So, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt könnte ich... Ja, hier hoch kann ich nicht. Ich muss hier... Jo, ich weiß zwar jetzt nicht, was auf diesem Schild hier steht, weil ich da jetzt gerade nicht hinkomme. Auf jeden Fall geht es hier rein. Ja, lieber Godo, nächstes Mal darfst du hier entweder gerne nochmal zurückgehen und übersehende Kisten nochmal versuchen. Oder eben gleich hier rein. Das bleibt dir überlassen. Ich denke mal, wir werden ja auch vielleicht später nochmal in die Wüste kommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß und euch hat es hoffentlich auch wieder gefallen. Ja gut, wir haben jetzt noch eine Minute Zeit quasi, aber ja gut, das bringt jetzt nicht mehr viel. Das ist ja eine gute Stelle zum Abgeben. dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Player Landra bei Golo fahr in der darauffolgenden Woche und der Link zu Golo ist unter diesem Video, wie immer. Macht's gut, ciao, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, euer Dreambird, bye bye. Bye.